Servus Angelfreunde und willkommen zu einem weiteren Video von EF4. Heute geht es um den blauen Wittling am Nordmeer. Mein Bruder der Prinz ist 97 hat einen coolen Spot gefunden mit einer hohen Frequenz. Die beste Frequenz hatten wir bei 35 Meter. Neben den guten Skillpunkten dank der hohen Frequenz konnte ich natürlich auch noch einen schönen Makrelentrophy abhacken. Meine Quip, meine Position und meinen Kescher seht ihr dann wieder am Ende des Videos. Dann wünsche ich euch dort noch viel Erfolg und Bittere Heil. Bis zum nächsten Mal.